Wo bin ich? Sie haben recht, ich werde mich jetzt ans Ruhen. Natürlich habe ich Gepäck, isst draußen mein Wagen. Ich sag's Ihnen, ein neuer ist angekommen. Nein, ich habe nichts gehört. Klar doch, Sie sind ja auch da für einen Küchentopf. Bitte? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, Herr Präsident Nellweck. Ja, und Frau Marie? Marie, wie es sich gehört, Marie Martin. Ja, und ich bin der Magieratschapur. Entschuldigen Sie, ich werde Ihnen vielleicht ein bisschen blöd vorkommen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier in diesem Hotel ein Zimmer genommen habe. Auf welchen Flur liegen Sie denn? Auf U oder auf F? Auf den da. F? Dann hatten Sie also keinen Unfall? Natürlich hatte ich keinen Unfall. Dr. S will mit Ihnen sprechen. Wir sind ja auch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Julien Portal? Ja! Haben Sie Angst? Ein bisschen. Haben Sie verstanden, wo Sie sich befinden? Was ist los? Einer von uns muss gehen. Wohin? Das erfährt man erst im letzten Augenblick. Ich weiß was, was sogar Dr. S. nicht weiß. Hör zu. Das Bewusstsein vergisst alles, was hier passiert ist. Aber unter der Haut bleiben Spuren. Sind nicht immer so viel. Aber jetzt bleiben Sie da, was Sie liefern. Das machen Sie mir. Was sie zum Schlussplof? ie